Es ist der 18. Juli und wir feiern heute den Namenstag von Friedrich. Fred, Friederik, Friederik, Freddy, Friedi, Friedemann, Frieder, Fritz, Rico. Friedrich will alle Ableitungen von dem Friedrich. Ja, was bedeutet der Name Friedrich überhaupt? Der Name Friedrich kommt von Fried, Frieden und Rihi, Mächtig oder Fürst. Das ist also der Friedensreiche oder der Friedensfürst. Aktuell ist Friedrich im Median, 70 Jahre, also 50% sind älter oder jünger als Friedrich im Median. Warum feiern wir heute den Namenstag? Das liegt an Friedrich von Utrecht, der ist am 18. Juli 883 gestorben. Der stammt aus friesischen Adel und lebte aber schon jungen Jahren als Büßer und wurde Priester und wirkte als Missionar in Friesland. Er wurde 828 Bischof von Utrecht und bekämpfte heidnische Sitten und Ehelehr. Er zog sich den Hass der Kaiserin zu und die ließ ihn dann während einer Messe ermorden. Ja, welche berühmten Fritz Friedrichs kennen wir eigentlich? Fritz Walter, Fußballspieler, Weltmeister, Friedrich Nietzsche, den müsste man kennen, ein Philologe. Und Friedrich Ebert, das war ein Politiker der SPD, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen und so weiter. Unsere App Namechecker, die man im Apple Store und bei Google Play herunterladen kann. Und wenn man Namenstage erfolgreich im Dialogmarketing einsetzt unter www.marankom.de-namestag. Herzlichen Glückwunsch Friedrich, Fritz, Fredi, Rico und so weiter.